Der Wärmepumpen-Pionier Helioterm steht seit vielen Jahren weit über Österreichs Grenzen hinaus für Effizienz und Produktzuverlässigkeit. Über 20.000 hocheffiziente und sparsame Helioterm-Wärmepumpen sind heute bereits im Einsatz und bestechen durch High-End-Funktionalität und ansprechendes Design. Interne Forschung und Entwicklung garantieren Ihnen ständige Verbesserung und Innovation. Die so gewonnenen Erkenntnisse fließen umgehend in die Produktion vor Ort ein. Generell fördern wir intern einen effizienten Wissensaustausch zwischen Technikern und Fachkräften. Unser Team garantiert Ihnen eine reibungslose Abwicklung und höchste Qualitätsstandards. Von der Betreuung unserer Kunden bis zur Schulung unserer Kompetenzpartner. Seit über 20 Jahren beschäftigen wir uns mit der Entwicklung und Produktion von hocheffizienter, dauerhafter Helioterm-Kundentechnik. Mit der Investition in ein firmeneigenes Forschungszentrum schaffen wir bereits heute die Green Jobs von morgen. Denn höchste Effizienz, Langlebigkeit und ein außerordentlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gehören zu unserer Firmenphilosophie. Unser Vertrieb erfolgt ausschließlich über gezielt ausgewählt und direkt von uns geschulte Kompetenzpartner. So profitieren Sie von unserer Erfahrung. Gehen Sie mit Helioterm Ihren Weg in die Unabhängigkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017